Guten Abend, ich bin Shevi, ich bin Reiterleiterin im Heiligen Land. Wir sind jetzt in Jerusalem, wir sind auf Berge Zion und wir sind jetzt im Raum, wo die Tradition bekanalisiert hat, dass hier Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat, das heißt, das sydische Pesach. Die Kreuzfahrer haben das hier gebaut, wir können sehen, die Architektur, von der Architektur her ist es zwischen romanisch und botisch und baruscht. Aber später kam Islam her, und hat daraus eine Moschee gemacht, ihr könnt sehen, die Macher, das ist dieser Band Richtung Mekka, wir können sie nach deiner islamischen Kalliografie, diese hier belasten. Und wir sind über die Tradition bekanalisiert, dass hier Jesus das Traktur wirklich da ist. Vielen Dank und auf Wiedersehen in Jerusalem.